Für alle Ableton-User ist besonders interessant, dass mit gehaltener Shift-Taste folgende Ableton-Funktionen direkt abrufbar sind, sofern die Geräte als Bedienoberfläche ausgewählt worden sind. Stop-Roll-Clips Scene-Play Overdub Scene-Up, Scene-Down Global-Tap Metronom Nudge Play-Clip Stop-Clip Beim Keypad ist es zusätzlich möglich, anstelle von Noten, Control-Change oder Programm-Change-Befehlen mit den Drum-Pads zu senden. Tipp! Dieses ist sehr nützlich, um beispielsweise Effekt-Tracks zu triggern oder Plugins zu aktivieren. Musik 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 Vielen Dank.